hallo und herzlich willkommen zu let's play portal 2 koop mit dem tkw und dem david mal wieder ja und was ein wunder wir haben jetzt testkopf und es geht weiter also wir haben hier eine lesung wir haben hier eine lese wurde der das sind hier wo was reingehen muss nämlich ein laser und ich gehe davon aus dass wir es erstmal bei dir müssen durch den anderen nein also das ist dazu da ich nehme an das ist dazu da für hoch und runter ja und einer musste rein genau da kann man aber kein portal durchschießen aber da oben auch da dann gehe ich mal da rein und hier weg weg so du vertraust mir jetzt blind das ist dir bewusst leider ja zwangsweise das war so ja runter was soll runter genau bitte einfach auf ja also versuch bitte nicht mich zu killen ja bitte ja halt nein noch eins runter 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 das bringt auch nach hoch stimmt das macht Sinn die stück um aber jetzt nicht darum bestimmen die hohen du hast auch ein stück die maa und war das der die zufrieden und durch die schießt das was ich schick ist er macht das Wie löscht man die eigentlich? Irgendwie, warte mal, ich schaue jetzt nach. Bin ja Gott sei Dank nicht der Aufnehmende. Hm. Äh, was tut du für den? Bei mir habe ich aber eh keins gesetzt. Egal, mach mal weiter. Ähm. Ja, komm, scheiß erst drauf. Ich mach das nach der Aufnahme. Oder nach dieser Folge. Ich würde gucken, wenn ich das jetzt schon wüsste, aber offensichtlich. Ja, eins hoch, bitte. Ähm. Eins runter, bitte. Oder auch so. Ich bin eigentlich, ach so, das ist. So, jetzt. Ja, das ist hoch, ja. Äh, nix bitte, jetzt nix, nix. Ja, mach ich nix. So, dann gehe ich jetzt hier runter, dann hoch. Hier stimmt, ne? Oh, wo, wo kommt der jetzt? Hier. Ja, ja, stimmt. Ja, ja. Ja, ja. Nix machen, ich hätte runtergekommen, habe ich festgestellt. Also, denkst du da noch? Machst du das nochmal rückgängig? Noch eins hoch. Das müsste ich hier runter können. Nein, da werde ich sterben. Wo muss ich denn da hin? Nach oben. So, jetzt. Nach oben. Hier. Okay, jetzt hoch. Noch eins. Nein. Wolltest halt. Okay, runter. Ähm, hoch oder runter? Eins von beiden, egal. Wenn ich scheiter gewesen wäre, wenn wir einfach hier ein Portal, wenn du ein Portal hier hergeschossen hättest, dann hättest du da gleich rauslaufen. Das wäre wirklich interessant. Äh, äh, tatsächlich, äh, äh, ähm, runter alles. Noch eins. Ja, es geht nicht weiter runter. Sag nicht, ich komme jetzt hier nicht mehr raus, wenn ich keinen Portal geschossen habe. Och Mensch. Gut, dann nochmal. Oh, nee. Okay, dann muss ich mich wohl killen, oder? Ja. Aber dann muss ich erst den Würfel nochmal an die richtige Stelle zurück. Oder, warte, ich lasse ihn einfach hier liegen gleich. Ich hoffe, der wird nicht zurückgesetzt. So, dann, äh, kill mich jetzt mal bitte, also runter. Blue, orange ist kein Mensch. Die Vertrauenslektion ist nur einmal nötig. Blue, orange ist ein Kollaborationspunkt abgezogen. Hey, voll unfair. Okay, ähm, das muss ich das Portal. Ähm, runter. Auch gut. So, äh, das wird nicht stehen. Hm, ich weiß. Ähm, ich will nicht da durch. Gib mir den. So, durch da. Gut. So, da hätten wir den. Gott, jetzt hast du das. Aua. Wo müssen wir überhaupt hin mit dem Strahl? Da rein. Ach, nee, Tab wollte ich drücken. Ach, da rein? Ist also richtig. Ja. Es scheint nur so, als würde ich eure Leistungen nur mit Kollaborationspunkten bewerten. Tatsächlich fließt jedoch jeder einzelne Aspekt in euer Endergebnis ein. Orange, du hast zum Beispiel eben zwei Chancen-Hinweispunkte eingebüßt. Eeeh, das geht auch immer weiter. Das geht auch immer weiter. Äh, du hast so, mit diesem Knopfkörper kann man, wie das übrigens zerstören. glaub ich ihm was mit welchem Knopf denn denn du gerettet hast okay ich gut zu wissen falls du mich mal er wieder damit belästigen solltest um wenn es muss jetzt müssen wir wieder im Vertrauen zum Glück aber ich verstehe wo das sieht schon so gefährlich aus und vor allem wenn du das auch noch steuern muss ach du kacke er ist scheiß drauf ich würde mich eh nicht treffen auf auf oh hey soll das gehen Prozent kommen soll ich dann mal schließen doch bekommen die nach so gut das macht Sinn ein die 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 hofer voll nicht absicht und so also sollten wir auf der also auf der ungefähr auf der höhe ab beide hat schon beschießen auf welcher höhe und ungeräumt ja okay und auch im mädchen fängt ja schon wieder super soll ich mache nein machst du nicht das will ich jetzt schaffen okay dann stopp 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 jetzt kannst du hochfahren so ich warte jetzt bis das ganz oben ist damit du mich auch hier ja nicht damit triffst so und dann musst du das tatsächlich sehr schnell hoch hochfahren lassen lasst es erst ganz hoch fahren ja ich lasse es ganz hoch oh okay ähm ich hoffe dass der drückt mich nicht da oben ne ach okay schnell schnell okay das passt eh von der zeit her ist ja doch crazy hey so geschafft so jetzt bin ich hier jetzt kann ich hier ein portal schießen ähm wie kommst du dann zu dem portal hin äh kann ich kann man bei dir irgendwo eins schießen wo du hinkommen würdest ach ja ist ja ganz klar äh jetzt tu den laser mal so dass da drüben das äh teil hoch geht da drüben ähm warte kann ich dir zeigen äh da drüben das da ob es das hoch geht ach ja dann lässt du es da liegen genau und jetzt schieße ich da ein portal hin und da dann kannst du da hinkommen und geschafft gehen müssen das team diese klatscherei ist doch eine wahre erhungenschaft ich auch ich auch ja das geht so geil schnell manche tests sind nicht auf das labor welcher der nächste wo es sich anders ich kann ich meine ich will euch nicht einmal sagen was ihr sucht wenn ihr es findet wisst ihr es ok mit Sicherheit gut also das sieht man nicht so aus als kann man da weiter das erstmal hier weiter gehen oder nein geht nicht mehr so hier kann man Portale hinschließen da komm du wenn ich hier durchgehend die Portale weg ja insert disk ok wir suchen also eine disk ok 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 er ist Ah, das ist ja schön. Oh. Okay, da müssen wir uns anscheinend ein bisschen beeilen, da durchzukommen. Renn, 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 renn. Okay, ich bin durch. Du auch? Ja, egal. Hier ist auf jeden Fall die Disc. Ach, hier komme ich wieder durch. Ja, ja, sauber. Und, okay. Glückwunsch zur Bewältigung dieses absolut sinn- und herrnlosen Tests. Oh, eins noch. Wenn ihr die Teststrecken verlasst, kann ich euch nur durch gewaltsame Demontage zurückholen, wonach ich euch wieder sorgfältig zusammensetze. Glücklicherweise spürt ihr keinen Schmerz. Zumindest könnt ihr nicht mitteilen, dass ihr Schmerz verspürt. Ich halte das irgendwie für einen Mangel. Boah. Boah. Super. Ich bin eindeutig der gemächlichere von uns beiden. Ja, du bist ja auch der kleine Runde. Du bist die Böden der Steine. Ja, passt auf jeden Fall. Beides zu uns beiden auf jeden Fall. Wir können lachen. Ohne Einheit muss ein Problem haben. Machen wir einige Tests und schauen mal. Okay. Musst du schon? Wissenschaftliche Kollaborationspunkte. 96. Wir haben insgesamt glaube ich, 96 Kollaborationspunkte ist zuvor gestanden. Okay. Was bringt das? Ach so. Okay. Wollen wir ein 4? Ähm, Abschnitt 6 wollen wir ein paar jetzt. Ja. Ja. Nein. Ja, und danach haben wir diese Kamera sogar schon geschafft. Oder dieses. Was ist das eigentlich das Gesamte von den 6 Kammern? Was ist das? Keine Ahnung. Es kommt halt, es kann man nachher. Weil sie auch nun gut sind. Ja. 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 Das ist geil, das liegt. Okay, da gab es einen kleinen Cut und weil wir einen Fehl gemacht haben, weil wir nochmal da drüben ins Letzte. Ja, wir sind das für Abschnitt 2. Genau. Eigentlich müsste schon die zweite Folge um sein, ne? Was? Ja, wenn das vorher das sechste Level war. Ja, aber das ist dann so kurz. Ja. Okay. Ich wollte dir das sagen, eigentlich. Ja, eigentlich, aber da stehst du drauf. Ja. Diese Strecke diente der Stärkung des Selbstvertrauens von Menschen. Sie mussten nichts weiter tun, als 5 Minuten durch die Gegend zu laufen, woraufhin ich sie 10 Minuten lang lobte, wie toll sie gelaufen sei. Da ihr zum Glück keine Menschen seid, habe ich die Tests weitaus anspruchsvoller gestaltet und die Lobpudelei drastisch gekürzt. Ja, du hast gerade ein Fehlgeburt. Ja, habe ich festgestellt. Ja, also, schau, schießt er ein Rotes. Ein Genauer. Oder nein, 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 nein. Ja, das ist ein Rotes. 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 Ja, und du deine anderen beiden darüber, aber das bringt dir auch nichts. Warte mal, kann man... Ja, dann werden wir bei runterfallen, oder? Na, warte mal. Seht einfach. Nein. Warte. da drüben kann man nichts setzen. Hm, dann, setzt jetzt trotzdem nochmal Deins. Und, da von uns muss hier reinspringen und dann hier rausschießen. Und dann fliegt er darüber. Aber wo soll man das denn? er wieder nach uns so und so und jetzt springen darunter und da rein und mal jetzt würde auch noch mal jetzt muss es ich bin einfach auch da rein ich muss auch klar ja aber braucht genügend Speed verstehst ach so also du musst ja hat schon verstanden okay nachher ihr sehten nur okay in den nächsten Lärm ich muss in der Kugel ein oder jetzt aus und wo kriegen wir die Kugel nach oben und ich nehme an es gibt also hier gibt es einen vor allem sowas zum Brauchtreten und hier gibt es einen Schalter ja ist gut und da oben kommt wahrscheinlich die Kugel raus ja und ich nehme an die Schalter müssen gleichzeitig gedrückt werden hm ähm ich würde sagen dann geht einer mal kurz da hoch da da so und wenn ich jetzt hier dann schießt man da ja okay nach oben okay jetzt kommt wahrscheinlich die Kugel raus okay was passiert da um und dann geht er das geht er das Teil runter oder nein ich muss ja auch noch auf den Schalter drauf warte ich muss grad schauen wo wir da hinkommen oh ja warte ähm du musst es gleich einfach auch nochmal machen also hier und aber dann hier da kann ich aber nicht hinschießen da kann ich aber nicht hinschießen sicherheitswürfel in einen Behälter befördert der genau dafür vorgesehen ist ja genau das liebe ich an diesem Spiel äh 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 erschossen erschlagen ertrunken zerstampft zerbrannt verzeihung ich dachte nur gerade daran an was menschen so sterben können hier absolviert nur einen test nach dem anderen mit perfekten ergebnissen und ohne konsequenzen ok 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 es ist relativ eindeutig ja da ist ihm so ja also schau ich muss darüber das ist die Tatsache ja schau hör mal zu also ich schieße hier und hier ein paar da rein ja vielleicht sollte ich zwei verschiedene setzen du springst da rein macht Sinn ja ah ich verstehe ok das war das falsche du musst dann das äh blaue wegsetzen noch äh weiter ok super ähm jetzt muss ich hier noch den Knopf drücken wahrscheinlich ja ok jetzt müssen wir das ganze nochmal machen ok also dumm wahrscheinlich muss ich ich werde die Portale setzen ja ich hab schon da die 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 ich habe eigentlich damit gerechnet dass das direkt aufgeht ich habe diesen Test übrigens nur geschaffen um Test Subjekte versagen zu sehen um Test Subjekte versagen zu sehen ihr habt es geschafft und seid sicher sehr 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 stolz und die 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 wir die die kürzend eine ein bisschen was im Event mit mir redet es mich traurig macht zum Haar wenn man es erklären muss es nicht mehr lustig sagt ja das war es aber wirklich hier bin ich auch zu sagen gut dann kannst du schon wissen dass beim nächsten Mal schattet werden Prozent geil drauf das ist der Liga wie ich bin darüber droht seine eigenen Kindergarten bis gleich mal auch nicht kannst du auch bis dann nicht schön sich als unwürdig oder minderwertig empfindest warte dafür reicht die Zeit nicht denk einfach wie sehr du überlegen bist du gibst ein hervorragendes Beispiel ab Fick dich! das lasse ich noch drehen Ok damit weiß das aber wirklich tschau Leute Tschau Oh.